Die DHV-News vom 3. November 2023. DHV-Stellungnahme zum Cannabis-Gesetz für Anhörung am Montag. Weiter Unruhe in der SPD. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWI Medical und Dirksgroß-Shop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Zu den Vorbemerkungen erstmal wieder. Nächste Woche ist schon wieder keine Ausgabe der DHV-News. Diesmal aber nicht, weil ich im Urlaub bin, sondern weil ich für euch auf Mission bin. Und zwar am Freitag nächste Woche auf einem Treffen Mitgliederversammlung der Streetworker in Nordrhein-Westfalen. Das haben wir nicht online, da kann nicht jeder hin. Das ist speziell eine Veranstaltung für eben diese Community der Streetworker in NRW. Aber ich rufe trotzdem hier nochmal auf, weil ich glaube, dass noch nicht alle Streetworker aus NRW angemeldet sind für die Veranstaltung. Ja, also das wird bestimmt spannend da. Da werden wir mal drüber reden, wie sich diese Änderung der Cannabis-Gesetzgebung auf das Klientel der Streetworker auswirkt. Ich bin zum ersten Mal auch auf einer Veranstaltung von Streetworkern und spreche da, von daher habe ich da Bock drauf, freue mich drauf. Also, ja, Streetworker aller NRW-Städte, vereinigt euch, kommt zur Cannabis-Diskussion. Und wenn ihr Streetworker in NRW kennt, fragt die doch mal, ob die da hinkommen. Im Zweifelsfall fragt nochmal nach bei eurem Landesverband der Streetworker für die Info, wann und wo die Veranstaltung ist. Nächsten Freitag in Düsseldorf. Und wenn ich gerade schon mal dabei bin, gleich den Montag drauf, am Montag, 13. November, bin ich in Leipzig. Auch da kann ich jetzt öffentlich aufrufen, da ist ein SPD-Podium, ein SPD-Abgeordneter aus Leipzig, der eingeladen hat. Unter anderem kamen Wegge, mich und den Polizeipräsidenten von Leipzig. Also, auch das wird sicherlich eine spannende Diskussion. Ich freue mich, wenn alle Leipziger kommen, ja, also alle Zuschauer hier, die aus Leipzig sind. Merkt euch das vor, Montag, 13. November, und meldet euch an. Da ist eine Anmeldung notwendig bis zum, ich glaube, 8. November. Schaut mal gleich in die Videobeschreibung nach dem Link dafür und meldet euch an. Ja, ich freue mich, wenn die Bude platzt da, vor lauter Interesse. Und die SPD sicher auch. So, jetzt zum Thema der letzten Nacht für mich. Ja, ich habe Nachtschicht gehabt irgendwie, ich habe ewig gearbeitet gestern, um die Stellungnahme des Handverbands fertig zu schreiben für die Anhörung im Bundestag am kommenden Montag. Das ist der nächste Schritt, der jetzt ansteht, auf dem Weg sozusagen des Cannabis-Gesetzes, kann gehen durch die Institutionen, durch den Bundestag. Anhörung am Montagabend, wo ich eingeladen bin, für den Handverband zu sprechen, wenn ich eine Frage kriege zumindest, und eben auch eine Stellungnahme abzugeben. Und ich weiß auch, dass diese Stellungnahmen gelesen werden, dass die durchaus Gedanken anstoßen, sowohl in den Fraktionen als auch bei der Regierung. Und wir haben wieder mal eine sehr ausführliche und umfassende und detaillierte Stellungnahme abgegeben. Und da sind Sachen dabei, wo niemand sonst darauf hinweist, wo niemand sonst überhaupt darauf kommt. Ja, also nicht nur meine Expertise steckt da drin, sondern auch die aus dem ganzen DHV-Team, von euch, aus der Community, aus Kommentaren, die kommen, aus Fragen, die kommen, wo wir dann auch zum ersten Mal gucken, ist das jetzt eigentlich geregelt im Gesetz oder nicht? Und weisen dann eben auf bestimmte Lücken hin, auf bestimmte Probleme, die alle möglichen Probleme rund um Konsumenten aufwerfen. Insbesondere, ja, das ist die Perspektive, die wir für euch da einbringen, hat einer an die Konsumenten gedacht. Wo sonst immer alle nur an die Kinder denken, versuchen wir halt das Ganze möglichst praktikabel und sinnvoll zu gestalten, um wirklich viele Leute eben auch vom Schwarzmarkt wegzukriegen mit einer sichereren Versorgung am Ende und vor allem viel weniger Kriminalisierung. Ja, da hat möglichst wenig Strafen noch übrig bleiben für alle möglichen Fallkonstellationen. Und da sind noch viele Probleme in dem Gesetzentwurf drin. Die großen Sachen habe ich hier schon alle tausendmal erzählt, ja, mit den Abstandsregelungen, die total unsinnig sind. Das muss ich jetzt nicht immer auswalzen. Ganz intensiv nochmal habe ich da begründet, warum die Kombination von legalem Eigenanbau und der Lagermenge von 25 Gramm nicht funktionieren werden. Ja, das scheinen die immer noch nicht verstanden zu haben. Es wird immer noch diskutiert. Das ist immer noch nicht vom Tisch, unglaublicherweise. Also habe ich da nochmal nachgelegt. Ganz konkrete Vorschläge auch zur Änderung der Erlaubnisverordnung. Weil es ja eben nicht reicht, nur den THC-Grenzwert anzuheben, was ja die Politik scheinbar mittlerweile verstanden hat. Im Bundestag jedenfalls. Ja, Wissing ist noch am Verzögern. Da kann man nur hoffen, dass eben der Bundestag ausreichend Selbstbewusstsein hat gegenüber dem Minister einfach zu sagen, okay, wir beschließen jetzt einen Wert, einen Boss mit seiner Kommission da nicht mehr weiterzumachen. Aber im Moment ist im Prinzip noch ziemlich unterrichtet, die ganze Diskussion, was gibt es noch für Ungleichbehandlungen zwischen Alkohol und Cannabis im Straßenverkehr, wann wird eine MPU angeordnet, wie wird gelegentlicher oder regelmäßiger Konsum beurteilt und so weiter. Und ja, das ist futzlige Arbeit, da sich durchzukämpfen und zu sagen, okay, in dem und dem Paragraphen muss der und der Satz und dieses Wort geändert werden. Haben wir uns auch halt mal alles gegeben irgendwie in der Hoffnung, ja, dass da auch an der Freund noch mal was passiert. Und eben ganz viele Kleinigkeiten sozusagen. Immer fallen uns auch noch neue Sachen auf. Dinge, die neu auch in der Stellungnahme drin sind, die vorher nicht drin waren. Da ist ja erst der Referentenentwurf gewesen, die wir uns angeguckt haben, sehr intensiv. Und dann auf einmal der Kabinettsentwurf, ja, beides hat irgendwie über 100 Seiten. Und man muss dann gucken, was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied, ja, zwischen den beiden Varianten und dann eben auch Probleme erkennen, die da neu reingekommen sind. Und das haben wir halt alles mal aufgedröselt, aufgezählt und bemängelt eben zum Teil. Und jetzt halt die Hoffnung, dass da möglichst viel noch von verändert wird. Wie groß die Hoffnung ist, ja, wir werden mal sehen. Viele dieser Probleme werden wir auch nach dem ganzen Gesetz noch regeln müssen. Ja, das wird nicht perfekt sein. Da wird immer noch viel Unsinn übrig bleiben, der damit verabschiedet wird in diesem jetzigen Gesetz. Und auch dann müssen wir weiter arbeiten. Abgesehen von der großen Legalisierungslösung mit Fachgeschäften für Erwachsene, die wir natürlich weiterhin auch anstreben werden und weiter einfordern werden. Aber eben auch diese ganzen Probleme, die jetzt mit diesem Gesetz sicherlich noch übrig bleiben, werden wir bearbeiten. Und ja, ich gehe jetzt nicht weiter auf die ganzen Details ein. Das ist mal was, wo man lesen muss. Ja, da ist langweilig tot, wenn ich euch jetzt hier 20 Seiten Stellungnahme vorlese. Das ist die längste Stellungnahme, die wir je abgegeben haben. Schaut mal rein, wenn euch das interessiert. Und ja, ich hoffe, ihr versteht, dass es notwendig ist, dass das jemand macht, auch in diese ganzen Details reinzutauchen und dass das nicht mal eben ehrenamtlich irgendwie so nebenbei geht. Und dass es nur geht, weil uns viele Menschen unterstützen da draußen. Und ja, im Moment hat man so ein bisschen den Eindruck, dass alle so ein bisschen auch die nachfolgende Generationen irgendwie an Konsumenten und an politisch Interessierten sich gerne hier die Show angucken. Ja, weil von dem grauen Georg sozusagen, ja, alles ganz nett und interessant und die Legalisierung kommt schon irgendwie. Aber es braucht nach wie vor Unterstützung. Ihr müsst nach wie vor aktiv werden, indem ihr zum Beispiel Fördermitglied beim Handverband werdet. Ja, würde mich freuen, wenn ich am Montag mal wieder einen Riesenberg neuer Anmeldungen sehe oder von den Kollegen gemeldet kriege. Ja, also nicht nachlassen jetzt. Es gibt noch viel zu tun. Auch wenn dieses Gesetz jetzt kommt, wird es etliche Punkte darin geben. Lest meine Stellungnahmen, ihr seht, was ich meine, wo es zu Strafverfahren kommen wird, wo es zu Polizeiaktionen kommen wird und so weiter. Unklare Geschichten, ja, was man darf, was man nicht darf. Wir haben noch viel zu tun und brauchen nach wie vor eure Unterstützung dafür. Dabei belasse ich es jetzt erst mal an dem Punkt mit der Stellungnahme. Wie gesagt, das ist was zum Lesen, nicht zum Gucken. Mehr dazu dann wieder, wenn in der Politik diskutiert wird, wenn sich da erste Änderungen abzeichnen, wenn man sieht, die haben sich auf bestimmte Dinge geeinigt und natürlich, was bei der Anhörung am Montag so gesagt wird. Ein Hinweis vielleicht noch, die Stellungnahmen sind alle online, nicht nur unsere. Ihr findet die DHV-Stellungnahme auf der DHV-Seite, aber ihr findet auch alle bisher abgegebenen Stellungnahmen auf der Seite des Bundestages. Die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr jetzt die Woche lesen, alle möglichen Stellungnahmen und auch nochmal gucken, wenn ihr sagt, klar, also du hast schon recht, ja, ich muss mich einmischen, ich muss eine Organisation unterstützen, die auch die Rechte der Konsumenten hochhält. Wir sind nicht die Einzigen. Ja, es gibt schon auch ein paar andere noch, die vernünftige Sachen erzählen. Und wenn ihr sagt, ja, Handverband irgendwie, ja, ja, ist doof, ja, dann müsst ihr halt die anderen unterstützen. Ja, nicht nachlassen jetzt, nicht einfach nur zugucken, sonst, ja, dauert alles noch ewig und die schreiben jede Menge Unsinn in dieses Gesetz rein. Ein Punkt, der auch ein bisschen nervös macht, ist ja die SPD und was da so diskutiert wird. Haben wir hier auch immer mal wieder gesagt und gebracht, zum Beispiel eben zuletzt bei der Debatte im Bundesrat, wo die ganzen Landespolitiker und Landesfürsten und Minister und so weiter ihr Unwesen treiben und komische Beschlüsse fassen in den Ausschüssen des Bundesrates. Insbesondere tun sich da vor die Innenminister, von denen die Hälfte die SPD stellt. Acht von 16 Innenminister sind SPDler und die sind alle gegen die Legalisierung. Geschlossen dagegen, haben entsprechende Beschlüsse auch schon gefehlt und lassen auch nicht locker. Ja, insbesondere der Hamburger, Andi Grote, hat jetzt da mehrfach schon stumpf gemacht und hat jetzt noch mal nachgelegt und im Namen aller SPD-Innenminister einen Brief an die SPD-Bundestagsfraktion geschrieben, wie böse die Legalisierung ist und hat man dann auf jeden Fall doch lieber sein lassen soll. Also da sind schon wirklich noch immer hochkarätige Kräfte am Werk innerhalb der SPD, die versuchen, das Ganze auszubremsen und so weiter, weil natürlich für die Detaildiskussion sicherlich die Sache nicht einfacher macht. Eben für die ganzen kleinen Probleme, die ich eben aufgezählt habe. Aber soweit ja nichts Neues. Ja, da kann man nur hoffen, dass die Bundestagsfraktion zum eigenen Parteibeschluss zum Beispiel auch steht. Ja, dann gibt es ja mittlerweile auch einen richtigen Parteibeschluss des Vorstands pro Legalisierung und dass die sagen, ja, okay, Andi, du wirst dann vielleicht schon merken, am Ende da doch besser ist als vorher. Aber was halt auch schwierig ist, dass sich jetzt noch mal ein Abgeordneter, ein Bundestagsabgeordneter gemeldet hat, der ja mit abstimmen muss jetzt über das Gesetz und eben nicht nur ein Landespolitiker ist, der von der Seitenlinie reinpfeift. Ein Dr. Herbert Wollmann, von dem ich noch nie was gehört habe, der jetzt auf Anfrage in den Medien bei AZ Online gesagt hat, dass er selber eigentlich nicht dafür stimmen will für das Gesetz und dass er immer noch die Frage wäre, ob die Fraktionsdisziplin überhaupt eingefordert wird und ob die auch erfüllt werde. Das hat natürlich bei mir ein bisschen für Alarm gesorgt. Irgendwie, ja, das ist hoffentlich eine Einzelmeinung von jemand, der irgendwie nicht so richtig einen Plan hat, irgendwie, worum es da geht und wie die Geflogenheiten sind. Der ist auch wohl jetzt gerade neu in den Bundestag mit reingekommen. Also, so geht es natürlich nicht. Ja, das hat auch nie irgendwer bisher thematisiert, dass jetzt da irgendwie auf einmal eine Gewissensabstimmung rausgemacht werden könnte und alle möglichen Abweichler dagegen stimmen können oder so, ja, sondern das ist natürlich irgendwie Regierungs- und Koalitionslinie und so weiter. Und, ja, ich hoffe, dass das eine Einzelmeinung ist und dass man den Prinzip nochmal einfängt und sagt, Junge, wir reden dir in deine Themen auch nicht rein. Ja, lass uns Fachpolitiker hier mal machen. Vertrau uns da mal und du mach deine Themen und dann vertrauen wir dir. Auf jeden Fall erwarten wir von dir, dass du zustimmst und, ja, Fraktionsdisziplin. Ich habe tatsächlich auch noch von keinem anderen gehört, dass das irgendwie ein Thema ist in der SPD-Fraktion. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass tatsächlich immer noch Spannungen sind, offensichtlich, ja, und eben die Landesinnenminister da Ärger und Stunk machen nach wie vor und da keine Ruhe reinkommt. Naja, trotzdem, in ein paar Wochen ist es hoffentlich vorbei. Kurz nochmal zum Zeitplan. Da wird auch immer wild spekuliert jetzt wieder, ob das Inkrafttreten des Gesetzes zum Jahreswechsel kommen kann, ob das klappt. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, dass der Zeitplan sehr, sehr ambitioniert ist. Zehn Tage jetzt zwischen der Anhörung im Bundestag und dem endgültigen Beschluss, damit das klappt zum Jahreswechsel. Und bei großen Brettern, die noch zu bohren sind, ja, wie gesagt, lest die Stellungnahme, dann seht ihr, was ich meine. Und wenn auch nur ein paar von den ganz dicken Brocken sozusagen da abgeräumt werden, indem das Ganze halt noch mal zwei, drei Wochen länger dauert. Okay, ja, die Frage ist nur, ob Zeit was bringt in dem Fall, weil die Fronten sowieso verhärtet sind und weil die Gegner ja auch schieben und drängeln. Ja, das Ganze überhaupt komplett einzustampfen oder halt irgendwas zu verschärfen und so weiter. Insofern kann das durchaus immer noch sein. Ja, das klappt mit dem Jahreswechsel. Aber beschwören kann ich nach wie vor nicht, habe ich immer gesagt. Und das wird nach wie vor auch diskutiert und spekuliert und so weiter. Will ich aber jetzt gar nicht in Details reingehen, warum und wieso. Das ist eigentlich genauso wie vorher. Ja, ist noch möglich, aber ja, knapp. Ein paar Kurzmeldungen habe ich noch. Ich fange an mit einer spektakulären Aussage des neuen GdP-Chefs Kupelke. So neu ist er schon gar nicht mehr, aber das war mir auch eine Nachricht wertiger, als der ins Abt gekommen ist und gleichzeitig die GdP ihre Positionierung zu Cannabis geändert hat. Ich habe immer gesagt, der größte Gegner in der Legalisierungsdebatte insgesamt als Institution ist nicht die Pharmaindustrie, ist nicht die Alkoholindustrie, sondern die Polizei. Die ganzen Polizeigewerkschaften, die Landeskriminalämter und so weiter, sind immer bei Anhörungen dabei und eigentlich immer dagegen. Auch die GdP und das hat sich jetzt geändert letztes Jahr, glaube ich, als die beschlossen haben, sie würden die Legalisierung konstruktiv begleiten wollen und das wäre nicht ihre Aufgabe zu entscheiden, ob Cannabis legal sein soll oder nicht, sondern sie wollen das aus polizeilicher Sicht irgendwie sinnvoll geregelt haben, wenn das denn der politische Wille ist. So und der hat jetzt, der neue Vorsitzende, den Justizminister Buschmann kritisiert mit der spektakulären Aussage, dass der Buschmann den sofortigen Stopp der Ermittlungsarbeit bei Cannabis-Delikten zur Entlastung der Polizei verhindere. Also der Chef der Gewerkschaft der Polizei fordert einen sofortigen Stopp aller Ermittlungsarbeiten wegen Cannabis. Unglaublich. Er hat im gleichen Atemzug allerdings auch Vorratsdatenspeicherung angemahnt, auch damit Buschmann kritisiert, das wird sicherlich nicht allen gefallen und es gibt auch ganz viele GdP-Vertreter immer noch, die eigentlich auch immer noch harte Hunde sind und immer noch gegen Legalisierung für Verschärfungen sind, aber trotzdem, ja, das ist mal wieder ein spektakuläres Ding irgendwie, was der GdP-Chef Kuppelke da rausgehauen hat, sofortigen Stopp der Ermittlungsarbeit bei Cannabis-Delikten, das ist mal ein stabiler Einwurf in die Debatte. Dann, schon ein bisschen älter, aber letzte Woche waren ja keine DHV-News, der Berliner Senat hat Zahlen rausgehauen zum Cannabiskonsum in Berlin, dazu gibt es auch einen Artikel auf der DHV-Seite, den verlinke ich euch und ich will da mal auf einen Aspekt eingehen, der wirklich irre ist, ja, das habe ich so überhaupt noch nie gesehen, irgendwie beim Zahlensalat in Deutschland über die Verbreitung des Cannabiskonsums, nur 40% der befragten 18- bis 59-Jährigen hat angegeben, noch nie Cannabis konsumiert zu haben, 60% also im Umkehrschluss der 18- bis 59-Jährigen haben mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis probiert. Das ist, wie gesagt, habe ich so noch nie gehört in Deutschland, dass eine Mehrheit der Bevölkerung Erfahrung mit Cannabiskonsum hat und das zeigt eben auch nochmal, wie irrsinnig die aktuelle Cannabispolitik und wie aus der Zeit gefallen, die immer noch ist, die Hälfte der Bevölkerung zu Straftätern abzustempeln, weil die eben mal Cannabis in der Hand gehabt haben. Noch ein Punkt, kleine Nachricht, in Malta gibt es jetzt die ersten beiden Betriebsgenehmigungen für Cannabis oder Social Clubs oder Anbau-Clubs, auch in Malta sind die ja legal, wo das heißt auch, wir streben ja im Prinzip den Malta-Status an, die sind uns da voraus gewesen bei dem Beschluss des Gesetzes, aber bevor jetzt da draußen die üblichen Verdächtigen reflexieren, ja, da geht alles immer viel schneller im Ausland, in dem Ausland da und in dem Malta da, nur Deutschland braucht alles ewig und so weiter, muss man dazu sagen, dieses Gesetz ist in Malta vor fast zwei Jahren verabschiedet worden und jetzt, fast zwei Jahre später, werden die ersten beiden Betriebsgenehmigungen für Cannabis Social Clubs ausgegeben, für Anbau-Clubs. Das ist alles andere als schnell, ja, und da kann man nur hoffen, dass das bei uns nicht so lange dauert, also so gesehen ist das jetzt nicht unbedingt ein gutes Beispiel in Malta, die haben auch total verkorkste Regulierungen bei den Details, das macht die Sache halt auch alles nicht einfacher und dauert alles ewig, also da sind wir nicht alleine unterwegs, da hat alles dauert. Trotzdem, ja, jetzt geht es los da. So, und noch ein Punkt, eine Vorhersage, ja, eine Abstimmungsvorhersage aus Amerika, aus den USA, Ohio, stimmt nächste Woche am Dienstag über die Legalisierung von Cannabis ab, endlich mal wieder eine dieser Volksabstimmungen in den USA und ich hoffe dann auch endlich mal wieder ein Hochzählen der legalisierten Weltbevölkerung und eine Veränderung der Karte hinter mir mit einem weiteren kleinen grünen Pünktchen für Ohio. Die Umfragen stehen gut, ja, es sieht danach aus, als würde das klappen und es wird auch mal wieder Zeit, ja, dass die legalisierte Weltbevölkerung steigt. Da werde ich natürlich beim nächsten Mal berichten, in zwei Wochen, ja, nächste Woche keine News. So, Termine. Bamberg trifft sich die Ortsgruppe Sonntag, 5. November, Heidelberg, Montag, 6. November, in Halle, treffende Ortsgruppe, Mittwoch, 8. November, München, online treffende Ortsgruppe, Donnerstag, 9. November, ein Infostand der Ortsgruppe Rhein-Neckar, Samstag, 11. November, oh, da stand nicht dabei, wo der genau ist. Wenn ihr den Infostand aus Rhein-Neckar-Ortsgruppe sehen wollt, müsst ihr selber gucken, wo der ist. In den, wie in der Videobeschreibung ist der Link zu den Kommentaren. So, jetzt nochmal, Leipzig, 13. November, Podiumsdiskussion mit Carmen Wege und mir und dem Polizeipräsidenten von Leipzig und dem SPD-Abgeordneten vor Ort. Grünes Licht für Cannabis heißt die Veranstaltung. Ihr müsst euch anmelden vorher und rennt uns die Bude ein da, ja, also, na, können wir mal Live-Tag sagen hier. Und dann haben wir noch eine Veranstaltung, wo auch die HV-Beteiligung am Start ist. Donnerstag, 16. November, in Berlin, die Konferenz zur Clubkultur Stadt nach Acht. Das kostet ein bisschen Mattes, also eine richtige größere Konferenz über mehrere Tage, wo es ums Nachtleben geht. Ja, Clubkultur insbesondere, aber auch sonst eine Kultur, die sich irgendwie in die Nacht rein bewegt. Und das erzähle ich halt, weil da auch viele drogenpolitische Panels dabei sind, wo es um aktuelle Trends geht und so weiter. Und da vertritt uns Kollege Konstantin, den er sicherlich auch mittlerweile alle kennt vom Update, in Bezug auf neue Konsumverfahren, neue Applikationsmethoden, irgendwelche komischen Verdampfungsdingsbumse und solche Sachen, würde er da erzählen. Das ist 16. November bis 18. November, diese Konferenz findet ihr in der Videobeschreibung. Dann Halle macht mit beim Deutschlandfeinden Aktionstag Vorlesetag. Wir lesen Hanfgeschichten. Die Ortsgruppe in Halle, Freitag, 17. November und nochmal der offene Hanftisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar in Mannheim. Diesmal stand der Ort dabei, Dienstag, 21. November. Das war's. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, werdet Fördermitglied beim Hanfverband. Würde mich freuen, am Montag ganz viele neue angemeldete Mitglieder berichtet zu bekommen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.